hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf meinem kanal heute zog ich mal station infinity soll wie man also das soll gesagt man kann seine eigene raumstation bauen die die halt unendlich ist wir brauchen keine tolle wieder auf start welche ich bin hier in meiner eigenen raumstation hier runterfallen und wie geld das aussieht kann hier irgend solche anheuern geld oder die stationen bearbeiten man kann hier sachen kauf mir zum beispiel ein teleskop oder eine aufbauungskapsel und strukturen wie viel hier gleich strom erzeugen habe ich raumschiffe kreide alter schon bank verwalten du hast nicht genug im buchstein im buchstation so was so am besten kommen auf den knauschen gehen sie hier unten und kannst die kohle die kreide die kreide man kann auch gehen ok bitte für mich das schön um auf die gesetzte Nase am Weltall. Kannst du mir grad vor schon gleich helfen? Ein bisschen von nachlässchen. Ich geh sofort hier drauf. Eine Minute. Leute, dann erzählen wir uns gleich, bis die eine Minute rum sind. Ja, wir sind dann gleich. Leute, ich hab ja gerade gesehen, alle Forschungen. WTF? Alter, das ist schon krass. Und sind fertig. Hab 500. Wenn du nach dem Station ein neues Modell hinzufügen, musst du auf den Shop gehen. Kannst auf den Shop so krass, indem du auf die Registrierkarte Station bearbeiten. Du drückst geh weiter und drück auf die Registrierkarte. Beginn müsste das Forschung mal so platzieren. Du drückst sie drauf und drückst sie kaufen. Schöne. Wie ist das? Is that a few places that has a share model? Wo's das? Hä, wo ist das? Hä, wo ist das? Das ist Heinzler? Stop! Was? Ah, hier! Oh mein Gott, ich bin so dumm! Oh mein Gott, ich bin so dumm! Oh mein Gott, ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Mit einem Punkt kommt immer nur. Ok. Ich gehe mal rein jetzt. Bringt es irgendwas so? Bringt es irgendwas? Warte. ich habe jetzt noch 200 ich kann mich gar nicht so doch nach halft das bringt euch gar nichts dann die für zu research und um 10 researchen wie wie ein space eine minute ist das ein sky art is real dass er noch zehn sekunden und dann habe ich in der kohle ok ich hab sie ja komm noch ein bisschen ja ich wieder hier was kauf wie ein hexball ich hätte schon so power generator ich habe echt um aber ja im token heute für 745 dann mal hier im knopf hier mal die taille ich hab das muss jetzt schon extrem reicht es schon mörder reiche schon ne 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 so weit wird wirklich offen okay selbst ist ja auch so ein tag und ich kann es mir gleich holen für ein solarmodul auf geht es war bei ich auf die andere seite das habe jetzt power je nach jahren okay also kann ich auch irgendwie also ok ok was ist größer als meine oder was man sich hier noch sowohl researcher habe ich was mit 300 dann strukturen pipes und so weiter dann space spacecraft mein ding wort station für 500 nur die md kann ich hier holen die 2 500 ist das nächste ziel jetzt wir uns bis ich 500 habe so leute endlich habe ich die 50 das hat echt lang gedauert und jetzt hol ich mir bei meinen dieses ohr ohrstdolch das ist eigentlich nur ein ohrstdolch da kann ich nur ohr lagern egal egal na 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 oh mein gott hier nicht immer so prangiert hier kommt das ohrstdolch hin Das ist ja, ey, das Ende dann, haaa, no, 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 wo ist A, das wäre dann nur das Ende, da, hallo, ich bin ja durch, ich find hier Power, hä, wie, hä, ich hab doch ein Solar, stop, wo ist das, ah, ein Bett, wo ist ein Bett, das dauert echt lange, was man hält trägt, sonst Chips, die Kassen, ah, Alter, Ultra fehlt, deshalb das Problem, ich kann nur noch ein Solar, ähm, Film, doing the daytime, oh my god, es heißt, es ist ja nacht, Wer ist, ähm, wo kann ich schlafen, hier drin, ja, morgens, Warte, was, ah, er protect you from the solar Glück Und es hat der Strom, ja, let's go, wow, wo ist das, echt ein cooles Spiel, Gems, wer weiß, man es bekommt, niemand weiß, wer es existiert, oder warum es bekommt, viel Gems, trennt sich da, wo man vielleicht hat, ja, Auweak, also, oh my god, Millionär, ich will das Tor, erhalte das Tor, Gateway, понимаетеhoff, du hast eine Raumschrpost um den Mond erreicht, 100 Mio, Okay, 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 gateway, wie kostet das Internet, Kamuur раза impersonal, 75.000 ja moin also ich hol's mit jetzt new temper to other playstation ich brauche das 10.000 leute ich 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 tue ja ich weiß eigentlich ich dumm scheiße auf zuerst ruhig mehr aber vielleicht ruhig mir noch diese solar gut bei 1400 weil ich noch muss zu labbrauch weil nachts wird es echt scheiße für mich heißt wie sonst gleich wieder echt ein cooles spiel ja endlich für 321 1600 euro und jetzt kann ich mir die solar holen was das ist hier okay habe ich jetzt in meinen inventar ich habe es oh mein gott ich habe es für immer nicht mehr na egal dafür habe ich ein besseres so lang und du jetzt und jetzt sollte ich spare ich auf teleport ähm minus power steht sogar ähm wie viel m power ist entfernt okay also 10.000 es auch nachts heißt mir aus fünf oder oder bis 50 minus 50 mache ich egal wie sind es bis ich 10.000 habe und dann kann ich das andere teleportieren mit hier die 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 ultrakassen raus hier es kommt aber in dem mutigen okay das geht zu leute das hier ist der stand ich habe mir gerade 5.000 und nochmal alle gedrückt was nicht hat das echt lange dauert ich habe schon echt viel verdient und schon 5000 power und es ist gerade nachts warte kann ich die nacht überspringen mit dem ich hier rein gehen und zu machen ein bisschen warte und raus gehen habt ihr echt was ist das sonne nein wo ist die sonne also steht glaube ich auch ich kriege 165 power aber dafür minus 15 ok dann sind wir uns wieder gleich ich glaube ich habe es jetzt endlich ich habe die 10k und damit tue ich mir den teleport hierhin packen das ist das ende ist ja ich kann auch sachen kann platzieren war darf man das ende hier dran jetzt mache ich 75 minus Leute Hey der geht gar nicht hey nein e hvc drücken oder irgendetwas bitte zu machen hier jetzt doch hier zu machen jetzt trenne Haken F 13 Hey Oh Aber Hey, der geht einfach nicht Leute Ich 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 Und schaue ob es dann Funktioniert Kost Okay, dann halt schon mal nicht Leute Dann, warte, was darf Vielleicht einmal Sehr egal Ähm Ich tue kurz Und hoffentlich funktioniert dann der Teleporter Ja Okay, Leute Okay Ich bin Jetzt Ähm Drane Hoffentlich funktioniert Jetzt der Teleporter Ähm Draufdrucken möchte ich vielleicht irgendwie Ja, okay Nipp Sonst Schaue ich kurz mal auf Youtube Spacesation Spacesation Infinity Und schau dann Hottest Oh Hat der Viel Geld Der Oh Mein Wie viel Geld hat das Okay, ähm Teleport Oder Teleporter Wom Die Ultra 4 Okay Ähm Ich Ähm Sonst Einfach gleich Leute Ich seh Ich seh auch gerade Oxygen Fast Fast auf Null Power auch auf Null Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hab's jetzt Ich hab's jetzt Aber Verstanden Ähm Ähm Wird Mehr Abgezogen Als ich Produziere Heißt Ich Heißt ich muss warten bis es Tag wird Bei Weil diese Technik Immer Immer Funktioniert Und Tue ich Tue ich den Nochmal aus Testen Oxygen Auf Auf 100 Okay Es Funktioniert Doch nicht Wie ist Wie ist Also Wird echt Die Power immer zurück Das ist eigentlich schon Roblox Ich schau mal bei dem Owner der Was mit dem Teleporter So Hello everybody Welcome They're here Ah Oh mein Gott Was glaube ich Auf Menü Warte Warte Ähm Wo war das? Ah Hier Und Dann Travel Ah Okay Okay Der Heißt China China I'm coming to you Okay Wie sieht's Ben's Erste Kappe Die Man nicht durch kann Zufälligerweise Aber okay Hier kann man rausgehen Oh wie viel hat der Okay Wie viel hat er da Wie viel hat er hier gebaut? Wie viel hat er hier gebaut? Wait Hier gibt's auch Aufräume Okay Ja Äh Äh Hier noch Okay Ich glaube ich 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 geh zurück wieder USA Zune Station Ja Aber wo gibt's ja Jetzt putze ich wieder Ähm Ähm Wo gibt's denn nicht Schlafräume Äh Ähm 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 Schlafräume Hallo Schlafräume Hallo Okay Ich hole mir jetzt erst Ähm Das hier für 1200 Und das hier für 4000 Okay Ich mach mir sogar ein Foto Was ich ähm Heiß Genau Die zwei Und dann mach ich noch ein Foto Okay Dann sind wir gleich Bis ich Wieder Getter Weil ich bin Gerade Ich Broke Wichter Ja Heißt Wie sonst Wir gleich Okay Leute Boom Boom Ich hab schon 1500 Und mit den Powers Deutsch Der nochmal ein bisschen Bisschen Normal Rein hilft Hier Ich 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 Guck mal Ähm Beispiel Ich bin jetzt draußen Und ähm Ich mich jetzt Zu mir Rein gehen Hier Ich einfach Ähm Panage Dann zu meinem Account spielen Und dann hier Und dann hier weiterlaufen Das hier ist mein Haupt Kann ich nachher Irgendwie Irgendwie Oh mein Gott Ich Fühle so viel Kann ich daran Irgendwie so ein So So ein Kommst da Kommst da dran Ähm Oh Das jetzt Kann ich jetzt nicht hier dran machen Ah Ich weiß Was das ist Was ist Das ist Nehme Und jetzt Dann mal Change Point Ah Kann ich's Umdrehen Okay Okay Kann ich da Keinen dran machen Von Von Außen Da Vielleicht So ein So ein Ähm So ein Hex So ein Hexball Oder Ada Ich glaub Ada Ist aber nur Sachen wie Tanks Telekore Und so weiter Ist Ein Structure Kann ich die ja nicht dran machen Ne Okay Hier hab ich Jetzt so ein Storch Storch Und ich Ich Verliere Wie viel Brauch ich Nochmal Ähm 4.000 Okay Okay Ich brauch das Oh mein Gott Ich Ähm Ja Ähm Sonst Gleich Leute Nach 10 Sekunden Ähm Leute ist schon Tag Und jetzt Verdiene ich wieder Power zum Glück Weil Weil würde es Nicht Tag werden Geh Das Ich 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 Ja bisschen Sankt Gleich Ciao Leute kurzer stopp Hier einer 10 millionen das ist europa Es ist unloaded, mit der Gateway on Earth. This station ist unloaded, ja, wie kann ich gerne dann... Oder braucht es ein Messiasen? Europa, 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 Europa... Egal, ähm, wir sind gleich, bis ich hier unloaded. Bis ich... Oder, ähm, wir sind uns einfach gleich. Cool, Leute, ich hab endlich die 4000 für diese Station. Ich verliere auch gerade, ähm, Power, das ist gar nicht gut. Das ist echt nicht gut. Oh nein, jetzt muss ich auch, nein, jetzt muss ich das hier wieder da... Ähm, at all palms und... Yes! Oh... Nur so wenig! Und... Und hier ist das Ende! Nein! Oh, wie soll ich jetzt... In meine... Station... Reinkommen? dass er das ende schon warte ich brauche es im hex cube Okay, kann ich noch ein Modell? Das ist herzig. Okay, okay. Dann Hex, Hitan, Dann, Darn, 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 zu diesem power craft und das hier kaufen und geht danach nach unten klug heißt von hier komme ich immer rein und keine runden gehen und ist dieses power crafting in alle also es passiert schon mehr aber ihr könnt schon sehen das bringt gar nicht aber leute ich hoffe euch hat es ich hoffe euch hat diese folge euch gefallen ich glaube ich 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 frau euch noch mehr denn ich hoffe euch das hier gefallen hat auf jeden fall an da und da und dann sehen wir uns im nächsten video ok